Was ist komisch, wie kommt man da rein? Hey, misst mich gleich in den Barschen. da kommt man irgendwie auch mal in die gebäude rein oder er ist gott mir ja 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 Wie kann ich dir helfen? Wunderschön! Die Prophets haben uns auf uns gegründet. Was ist verloren, hat uns gegründet. Sie haben eine sehr gute Arbeit für die Bajoran Menschen heute gemacht. Und bitte, legen Sie den Org auf den Altar. Die Prophets werden, die nicht die Prophets des Wurzigen. Was nicht gehört, kann nicht zurückkommen. Was nicht zurückgekommen ist, kann nicht zurückkommen. Oh, we must travel backwards. When we gaze in the mirror, we see our faces as others do, but reversed. Your task abides. You have recovered an orb. Now you must return it. As you must return. Interesting. I'm interpreting them. Elsewhere? But it is an orb of the Prophets. Where else could it belong? Unless... Are you familiar with the so-called mirror universe? I know very little about it myself, but there is a book on that table over there. By a... Hmm. 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 Zare ist hier. Acknowledigt. Bezichtig. Das Mirror-Universum ist mehr schrecklich als unser Universum. Und du kannst du von irgendwelchen Unterstützung hier verletzen. Ich fülle die Kräste nachher. Hmm. Das war's. Komisch. Ah, hier. In meinem Tag, Dinge waren anders. Peace and quiet. Das ist was wir brauchen. Hm, komisch. Hier wird der Quest angezeigt. Ich kann sie nicht annehmen. Ja, seltsam. Hm, komisch. Ich kann sie nicht so einfach machen. Ja, ich bin das. Ciao! Ich habe neue Orte für dich. Ich habe neue Orte für dich. Okay. Du brauchst etwas? Ich bin hier, um zu helfen. Ich bin hier, um zu helfen. Ich bin hier, um zu helfen. Das stimmt. Das stimmt. Das hört man manchmal ein paar Mal hintereinander, wenn man im Level aufsteigt sogar richtig nervtötend. Das stimmt. 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 Wir haben die Einstellung auf dem Mirror Universe. Aber aus dem Weg, die Terran Rebellion, die von Terok Noor aus der Teren, wird dann ein neues Empire. Der Terran Empire hat die Bejor wiedergelebt. Ich glaube, dieser Kapitän Lita ist die Administrator des Bejor Sektors. Ich bin Gal Haneri, der Torn. Ich bin Gal Haneri, der Torn. Chief Tactical Advisor zu Gal Karr Deck, der True Way. Du bist nicht willkommen hier. Lower dein Sch... Ich glaube, der Torn. Ich glaube, der Torn. Der Torn. Ich glaube, der Torn. Ach, das ist ein Problem. Ich glaube, der Torn. Ich glaube, der Torn. Fertig! Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, eins, man sieht auch mal ein kurzes Streaming Pause. Aber wenn ich das eigentlich nicht machen wollte. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich bin Kapitän Leta von Terran Empire. Das war's für heute. Was auf 10? ja bestimmt um 10 kann man bestimmt fahr ich bestimmt extra zum kaufland damit da einkaufen gehen kann nicht bescheuert naja das ist nun wieder falsch eingeschätzt echt so früh ist egal ich muss doch nicht deine arzt auf den feierabend zu machen Alter, die Schiffe waren ja extrem stark hier. Oh, was fun. I was really growing rather bored before you showed up. Alter, die Schiffe, die Schiffe, die Schiffe. Alter, die Schiffe, die Schiffe, die Schiffe.